Ja, moin Leute, das ist willkommen für den Kanal und ich bin meine Reiterfolge Badwarsch mit Moritz und Tino, moin Leute, hey, lass gerne ein Like da. Also moin, Tino, hallo, die Mikrofonqualität ist bestimmt 1, aber versteht bestimmt alles komplett, oder? Alle, ich finde das einfach noch, super orals. Also, ich bin meine Reiterfolge, das finde ich genauso, also Leute, wenn ihr diese Tintone-Ton-Tonität mögt, lass gerne eine Reiterfolge, Ja, so, also, wir sind jetzt mal wieder sachte. Nur mal kurz so, falls ihr euch fragt, warum die Ralf immer so blöd ist, dann schreibt man morgen auf ihrem Kanal. Tino, hallo, wie ist das so, die Mikrofonqualität ist bestimmt 1, aber versteht bestimmt alles komplett, oder? Alle, ich bin einfach noch, super orals. Genau so, Leute, genau so, nicht anders, aber jetzt bleiben wir mal sachte hier. Du bist echt hässlich, Ralf. Das musst du mal in irgendeinem Video einbauen, Mensch, Ralf. Das ist eigentlich, das ist nur eine Dreierrunde, ja. Ralf, du kommst ja morgen, oder? Hast du mal ein Schwert für mich, oder irgend sowas? Ralf, du kommst morgen im Stream, oder? Ralf, du musst nicht kommen. Nee. Ich meine, ob du dann mitspielst. Nee. Wieso nicht? Ich habe keine Zeit, ich muss mir darauf dann runterholen. Ich meine, ist das gerade ernst, bist du morgen da, oder nicht? Nee, ich meine es auch ernst. Ja, lol, ey! Ach, Mensch. Ich wollte mir nicht zweimal Schuhe kaufen. Kriegt auch Mädchenskin, aber egal. Mal kurz so. Ralf, bist du morgen da? Ich weiß es noch nicht. Ja, es ist aber wichtig. Warum ist das wichtig? Wegen meinem Thumbnail. Ach Gott, das guckt sich doch sowieso kein Schwein an. Doch. Nein. Meine Mama, mein Papa. Die schauen doch bestimmt nicht deine Streams. Mein Hohenbuch. Ach so. Ja, der kriegt da so ein Tablet hingelegt, weißt du? Ah, ja. Er hat gesagt, schau und... Mann! Scheiß auf der Tour, Mann! Komm dir nur noch hin. Du sagst, du bist am Letztab. Mann! Letzter China-Rotz! Fucking Chinesen, Alter! Ja, das habe ich nur bekommen. Denkst du, ich kaufe mir sowas? Warte mal, wo dein HP-Laptop produziert wird. Der kam aus Südkorea. Der stand auf der Verpackung. Auch scheiße. Ist besser als die scheiß Tastatur, Junge. Billig-Rotz aus China, Junge. Fürs Zink. Ja. Ich konnte jetzt nicht aussprechen. Woll mal, beschütz mich mal. Ja, ja. Ich bin auch in die Mitte, hallo. Hey, hier. Ich habe den Namen in den Chat geschrieben, weil ich es nicht aussprechen kann. Gelb kommt. Gelb kommt. Gelb ist tot. Gelb fickt uns alle. Ja, in den richtig knackigen Arsch, Alter! Man muss ja echt keine Lederwurst um morgen. Oh, ich die nicht brauche. Natürlich. Wie reif. Hättest du dir die Kettenbus nicht kaufen müssen? Nein, sie wollte halt nur nicht. Sie hat daran gedacht, dass dafür Kühe sterben müssen. Und deswegen hat sie sich keine gekauft. So denkst du. Sehr umweltbewusst. Ist aber richtig scheiße. Weißt du, ey, hier sind Gegner. Blau geht zu uns. Blau kommt. Alarm! Alarm! Ja, der ist runtergefallen. Der Idiot. Ja, weiter, weiter. Blau ist runtergefallen. Ready to fly. Ready to take up. Das verstehen keine Mädchen, tut man halt. Eigentlich ja schon. Also ich bin kein Mädchen. Das ist halt so das Problem, was du halt... Ja. So, einmal getroffen. Ey, unsichtbar! Er ist unsichtbar! Ne. Warte, der verschwindet sofort. Er ist schon tot. Er ist tot. Er ist tot. Klick mich hier dann mehr als meinung an. Alter, was haben die denn für einen Bogen, Junge? Brauch wieder das Wettel-Wicht-Faktoren-Paket. Ah! Einen Herzen, einen Herzen, jetzt hab ich gehalten. Wenn ich immer nirgst, bin ich tot, ne? Zack. Alter, der nervt. Alter, der nervt. Junge. Ich hab's nicht bestimmen. Wie viel Schaden macht ein Schuss mit so einem Bogen? Na, drei bis vier Herzen. Okay, jetzt hab ich fünf Herzen, jetzt kann ich hoch. Ohne zu sterben. Wenig, was ging's dann? Wenn du zweimal hintereinander angeschossen wirst. Wie viel Gold haben wir? Null. Drei, zehn. Das, was in der Kiste ist, plus zwei. Null. Ne, also bei mir macht er zwei Herzensschaden und ich hab die volle Rüstung. Doch, ein Treffer. Er ist tot, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Komm jetzt wieder in die Mitte. Du, ich weiß jetzt nicht, ob wir... Also ich hab den, ich hab den jetzt getötet, der die ganze Zeit geschossen hat. Ich weiß aber jetzt nicht, ob noch jemand in der Mitte ist. Null. 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 Ich spar mal, alter Junge. Ich spar mal den Weg ein bisschen aus. Mach das. Wir können doch mal sofort sterben. Ja. Jetzt kommen die TNT-Schafe und explodieren bestimmt gleich. Der hat ein Eisenschwert. Oh nein, der hat ein Eisenschwert. Das hab ich auch. Ich hab ein Diamantschwert zuhause an meiner Wand hängen. Ja. Ein echtes. Aus Diamanten? Ja. Aber aus einem Diamant oder aus dem Wehren? Aus zwei Diamanten, hallo? Mhm. Hat Risiko versagt? Ja. Fünf Gold lagen oben. Danke, dass niemand hochgegangen ist und das Gold geholt hat. Ja, Moritz. Also, Dankeschön. Herrlich. Demo. Die gehe ich noch. Grün kommt. Deine Mutter kommt. Oder auch nicht. Die Wurschen kommen. Gegen seine Mutter. Meine Mutter ist Carmen. Was ist dir? Meine Mutter ist Carmen. Kennst du die? Carla. Carmen. Achso, ich dachte Kathleen. Ja, das auch. So, Ralf, das macht voll viel Sinn hier mit denen. Bleib ruhig, Tina. Vorsicht, Grün ist in der Mitte. Das sehe ich. Achso, ja, ich wollte es nur sagen. Ich werde Schwerden geben von der Bundesbehörde für... Rote Männer. Hilfe, meine Tastatur, meine Maus. Ich habe gedacht, blaue Männer. Nee. Ralf möchte unbedingt eine deutsche Tastatur haben. Gibt es deutsche Tastaturen? Ich will eine deutsche Tastatur, aber will ich eingestehen, dass es keine deutsche Tastatur gibt? Nein, ich frage ja, ob es deutsche Tastatur gibt. Weil ich es selber nicht weiß. Frau Heidelbeer oder sowas. Ja, das kannst du auch. Aber ich habe das Satt was davon. Die Schlingeln, die es sagt, voll ab. Ja, Moritz, was soll das? Was denn verschlingen? Wir haben ja eine Schlingel-Lineale. Ich habe verstanden, was mit Schlingeln. Nein, mit den Stängel. Oh ja. Es reicht eine Schlingel in der ganzen Linie. Eine Schlingel. Ja, das kann schon sein. Nee, da kommt es, nimmt es Gold weg. Ich habe es Gold eingetragen. Hä? Wie ist es in Rot? Oh, Leute, Alter. Moritz, du bist die ganze Zeit in der Mitte gewesen. Bin ich nicht, ich bin hier. Ja, ich meine bei uns zu Hause. Oh, Mann, Moritz. Oh, Leute. Gieß. Wo kommt der jetzt her? Oh, das ist doch viele. Hilfe. Wer hat den Franzose jetzt gekillt? Toll, ich bin auch tot. Mann. So, Leute, lasst gerne ein Like auf meinen Kanal da. Ich würde mich freuen. Auch ein Abo nicht vergessen. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.